Die Lounge-Aid ist eine spezielle Schwingungsliege in einem zeitlos edlen Design und die monotonen Schwingungen versetzen den Nutzer in eine wohltuende Tiefenentspannung. Mein Name ist Roland Bachstein und ich bin Erfinder und Initiator der Lounge-Aid. Wir haben mit diesem sehr innovativen Entspannungskonzept vor über 10 Jahren begonnen. Lounge-Aid wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass immer mehr Menschen unter den negativen Umwelteinflüssen und Stressoren leiden. Zur Abhilfe haben wir unser Lounge-Aid-Entspannungskonzept entwickelt, das den Menschen ermöglicht, rasch, innere Ruhe, Regeneration und Entspannung wieder zu ermöglichen. Lounge-Aid funktioniert ohne Batterie, ohne Elektrik und ohne Motor und wird ausschließlich durch kleine und kleinste rhythmische Körperbewegungen in eine meditative Schwimmung versetzt. Lounge-Aid ist besonders, weil es mehr ist als eine Relax-Liege und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits ein zeitlos schönes Design, andererseits eine wirklich außergewöhnliche Entspannungswirkung. Diese Entspannungswirkung wird auch verstärkt durch eine eigens entwickelte Lounge-Aid-App, die es ermöglicht, die Tiefenentspannung akustisch zu verstärken. Unser Ziel ist es, ein holistisches Entspannungssystem zu entwickeln, wo wir mehrere Sinnesorgane mit demselben Schwingungsrhythmus bespielen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017